Jetzt scheint sich wieder alles da oben abzuspielen. Zumindest das meiste. Wir gucken trotzdem mal ob sich der eine oder andere vielleicht schon vorhin verirrt hat. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nein. Nimm jetzt alles weg, scheiße. Nur noch der Arm ist da. Stell dich nicht so an wegen dem Kratzer. Diablo, fuck you, einfach. 4 HP auf dem rechten Arm. Yes, damit war mein Überleben gesichert. Custons für was? Wo sind wir? Customs. Äh, Customs Storms meine ich. Customs, danke, das wusste ich. Alter, und der rennt wieder einfach raus aus dem Raum, Junge. Naja, was denkst du denn? Muss doch töten. Unten ist einer rein im Bad. Echt? Ja. Oh, der war schlecht. Aua. Ist er ganz unten? Ja. Ich bin hinten raus. Ah, er hat mich. Der ist unten in dem Räumchen, wo man reinspringt. Ganz am Eck. Holz. Zwei. Das war ja mit der MP7. Ähm. Hopfst was? Hopfst was? Hier rennt draußen was? Hab noch einen. Draußen ist noch einer am Rennen. Ich hab ihn auch beschossen. Draußen rennt. Ich seh draußen direkt an der Wand. Zwei. Er hat mich. Ah. Die sind beide im zweiten. Einer vorne, einer hinten. Ach. 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 Wie schnell ist er denn nach rechts geswitcht. Officer Rossetti. Ja, ich hab genau ein Wechselmagazin. Bro, bauen push. Was machst du denn da? Ja, siehste. Ist der AFK oder was? Keine Ahnung. Ja, genau, Level 1. Er hat auch sein Anfangszeug genommen, oder was willst du mir sagen? Warte, wieviel Weltkriege will er denn damit gewinnen? Liegen da noch mehr von seinen Kollegen rum, oder was? Keine Ahnung. Warte mal kurz. Er glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich damit... Wo ist das Scheißding? Ach, meine Güte. Hat sich viel weiter weg angehört. Jo, von hinten in den Rücken. Das kannst du wieder, ja? Alter, einfach deine Klappe. Ja, nice. Wie bekloppt man das denn bitte? Ja, das schmeckt, ne? Das schmeckt. Kacke. Das ist dumme an dem Spawn hier. Du hast, bis auf der eine Spawn, der noch da hinten ist, hast du hier sonst alle Spieler, die auf dieser Seite spawnen können, vor dir. Und natürlich auch die auf dem Berg, die hier rüberlinsen, nach links. Das heißt, du musst halt eigentlich die ganze Zeit aufpassen. Ah, vorne sind schon Schüsse. Ich hab nen Jam gehabt, ne? Heute Morgen geht's richtig ab, ey. Oh Gott. Ja, Mensch. Das wären zwei Typen gewesen, die ich hätte wegsnacken können. Wo bist du? Warst du am Gebäude. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen auf dem Hügel. Erdge... Ja, äh, hier sind die Fenster kaputt im Treppenhaus. Boah, hat mich! Am Treppenhaus ist der. Wo bist du denn? Ist der innen oder was? Außen. Der ist rausgesprungen aus dem Treppenhaus. Links vom Gebäude Treppenhaus. Hab mich gekillt. Head Ears. Ich bin ungefähr fünf Meter vor dir. Und er war noch weitere fünfzehn. Da ist er. Da ist er doch. Nein, nein, das ist der Scaf. Ganz ruhig. Lass grad den Scaf zu ihm rennen. Ich kann's mir nicht erklären. Einen hab ich. Lass ihn gekillt, ja. Ah, ne! Ah, gibiet. Ah, gibiet! Ah, michintestaaa! F***le ist! Ah, du cäbiet! Ah, du cäbiet! Adióshi. Ah, GBOOK ! Ah, du cäbiet, du cäbien! Ah, limf! Na, schreit, Sucka! Zdach, nö, twar! Komm, tsch! Beobachte nämlich die Leiche, weil der will da hin, das merkt man. Er guckt die... Ja, jetzt ist er gerade wieder... Ist das am Bad? Ist rausgehopst? Dann wird er gleich kommen. Ja. Er rennt nach hinten weg. Hä? Oder es ist nicht mehr der... Der wurde gekillt, oder du... Oder der hat dich umlaufen und du hast den hinten gekillt. Du wirst ja mal gucken, was der für eine Waffe hatte, der hinter dir liegt. Ja. Wenn der eine WSS hatte, dann war es nicht der, der mich gekillt hat. Der nicht aus dem Fenstersprung sprang. Ach. Waffe geklaut? Vom Scaf wahrscheinlich. Ja. Dann hat der Typ, der jetzt weggerannt ist, wahrscheinlich die WSS dabei. Muss mal nach dem Magazin angucken, die müssten noch in der Tasche sein. Mhm. Nur ein P. Dann war es... Da war es wieder ein anderer. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Ich glaube, das wäre... Genau, da ist niemand mehr. Ach, Mann. Der war ja direkt neben dir. Er war hinter mir. Nee, 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 der Sau. Ich habe ihn mit der Granate getötet. Ach, ich habe den anderen mit der Granate getötet, wahrscheinlich am Anfang. Als der dich gekillt hat, habe ich doch eine Granate nach vorne geworfen. In die Richtung, wo du getötet wurdest. Aber das hat jetzt von der Waffe her zumindest gepasst. Aber der saß ja dauernd neben dir. Ja, aber ich wusste auch nicht, warum der mich... Oder er ist jetzt gerade von hinten über den Hexenhügel gekommen und hat mich erst dann gesehen. Nee, der war ja viel näher. Die Waffe war ja super laut. Ja, stimmt. Ach, scheiße. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.